Guten Morgen meine liebe Freunde und Freundelines. Ja, heute ist ein wunderschöner, schönlicher Tag. Ja, und mir sind heute Morgen alle ein bisschen faul. Ja, mein Herrscher, mein Frau Linchen und ich. Wir haben da lang geschlafen. Ja, jetzt geht mein Herrscher schnell mit mir eine kleine Runde. Und mein Frau Linchen, die macht sich dann fertig mit dem Frühstück. Und dann gehen wir dann frühstücken. Was ja eigentlich halt nicht stimmt. Und halt immer spätstückeln. Ja, weil früh ist es ja nämlich schon spät für Frühstück. Also du mal spätstückeln. Ja, und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Egal wo ihr seid. Ja, macht es euch so richtig gemütlich. So, und ich wünsche euch, dass wie gesagt, einen wunderschönen Tag so wunderschön, wie wir den jetzt auch machen. Ja, tschüss, euer Merlin. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.